Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 2. März mit Julian Schildheuer. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Der Februar war ja zum Teil ziemlich rutschig. Der Schnee hat sich auf den Straßen zu richtigen Bergen gehäuft. Autos konnten kaum noch auf den Straßen fahren. Die Ruhrbahn konnte tagelang nur eingeschränkt fahren. Viele HörerInnen haben sich auch bei uns hier bei Radio Essen gemeldet und sich über den Winterdienst in der Stadt beschwert, der scheinbar nicht mehr mit der Arbeit hinterherkam. Jetzt hat der Aufsichtsrat der Entsorgungsbetriebe reagiert und Vorschläge gemacht, wie sich der Winterdienst bei uns in Essen verbessern soll. Das Ergebnis, der Winterdienst soll deutlich aufgerüstet werden. Die Entsorgungsbetriebe wollen 13 neue, große Streufahrzeuge kaufen. Außerdem sollen weitere, kleinere Fahrzeuge im Winter zu Streufahrzeugen werden. Insgesamt hätten die Entsorgungsbetriebe dann eine Flotte von 31 Fahrzeugen. Wie genau das bezahlt wird, das ist noch nicht so ganz klar. Aber es sollen an mehreren Stellen auch noch Salz gelagert werden, damit die Fahrzeuge nicht so viel hin- und herfahren müssen. Dabei verlieren sie sonst nämlich immer sehr viel Zeit. Bisher sind die Lager im Nordviertel, im Ostviertel und in Werden. Die Mitarbeiter sollen dazu auch noch geschult werden, damit es beim nächsten Wintereinbruch in Essen nicht nochmal zu so einem Chaos kommt wie im Februar. Verbesserungen sollen also beim Schnee kommen. Bei der Luft können wir sie schon spüren. Denn die Luft hier bei uns in Essen ist sauberer als in den letzten Jahren. Es sind die besten Werte, die die Stadt je gemessen hat. An allen Messstellen sind die Stickoxid-Konzentrationen nicht über den Grenzwert gestiegen. Die Stadt sagt, dass das auch an Corona liegen könnte, denn dadurch seien weniger Autos auf den Straßen unterwegs gewesen. Weiter bleiben die Sorgenkinder in puncto saubere Luft, aber auch noch die A40 in Frohnhausen und die Kreierstraße. Hier hat die Stadt im letzten Jahr die schlechteste Luft gemessen. Trotzdem zieht die Stadt ein sehr positives Fazit. Die Werte sind deutlich besser als vor einigen Jahren. Seit dem letzten Jahr gibt es außerdem noch zwei weitere Messstellen an der A40 in Holsterhausen. Da gibt es aber noch keine Ergebnisse. Schlechte Nachrichten haben uns heute von der Arbeitsagentur erreicht. Bei uns in Essen sind wieder etwas mehr Menschen ohne Job. Knapp 35.000 waren es Ende Februar. Das ist eigentlich untypisch. Im Februar, März und April setzen auf dem Arbeitsmarkt eigentlich die Frühjahrsbelebungen ein und mehr Menschen finden eine Arbeitsstelle. In diesem Jahr ist das anders und wir können dreimal raten, warum. Wegen Corona. Viele Branchen leiden unter dem harten Lockdown seit Dezember. In der Gastronomie, der Kultur- und Freizeitbranche haben mehr Menschen ihre Jobs verloren. In der Corona-Krise leiden außerdem die Menschen, die sowieso Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden. Die Langzeitarbeitslosen finden gerade noch schlechter eine Arbeitsstelle als sonst. Die Arbeitsagentur hofft aber, dass sich die Zahlen bald verbessern. Es gebe nämlich einen kleinen Hoffnungsschimmer. Im Februar wurden nämlich mehr freie Stellen gemeldet als noch im Januar. Hoffnung ist vielleicht das falsche Wort, aber für das nächste Thema könnte Verschönerung besser passen. Denn das soll mit dem Elisenplatz im Ostviertel passieren. Der kleine Park bekommt neue Wege und Bänke. Außerdem werden Tischtennisplatten aufgestellt. Es gibt eine Bowl-Anlage, ein Basketballfeld und ein Spielbereich nur für Kleinkinder. Einige Sträucher werden dafür herausgerissen. In denen landet bisher immer wieder Müll. Die Ideen für die Umgestaltung kommen vor allem von den Nachbarn des Elisenplatzes. Im Herbst soll er fertig sein. Das Geld dafür kommt komplett von Land, Bund und EU. Und das war überregional wichtig. Ja, das ist schon ein kleiner Vorausblick darauf, was uns da morgen beim Bund-Länder-Gipfel erwarten könnte. Die PolitikerInnen diskutieren da wieder über die Corona-Regeln. Und schon jetzt ist klar, der Lockdown wird wohl verlängert bis zum 28. März. Das steht so in der Beschlussvorlage für das Treffen morgen. Aber es könnte auch wieder Lockerungen geben. In der Beschlussvorlage steht nämlich außerdem, dass wir uns bald wieder mit mehr als nur einer Person treffen dürfen. Auch das Thema Schule kommt morgen wohl wieder auf den Tisch. Bei den letzten Bund-Länder-Gipfeln war das ja immer sehr heiß umstritten. Und auch jetzt bahnt sich schon eine harte Diskussion an. Viele KultusministerInnen der Länder fordern, dass es wieder mehr Präsenzunterricht in den Schulen geben soll. Gegenargumente kommen dagegen aus Bayern. Was dagegen von vielen Seiten unterstützt wird, ist eine neue Corona-Impfstrategie in Deutschland. Das ZDF hat berichtet, dass Gesundheitsminister Spahn die ab morgen ändern will. Hausärzte könnten dann schon impfen. Außerdem soll es mehr kostenlose Antigentests geben, mit denen man sich zweimal wöchentlich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen könnte. Was genau beschlossen wird, das hört ihr natürlich morgen bei uns bei Radio Essen oder lest es online auf radioessen.de. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Nach dem frühlingshaften Tag heute bleibt auch die Nacht bei uns in Essen fast wolkenlos. Deshalb bleibt es natürlich auch trocken. Die Temperaturen sinken aber auf drei Grad. Morgen wird es wieder wärmer mit bis zu 15 Grad. Und die nächsten Nachrichten bekommt ihr morgen natürlich wieder im Programm bei Radio Essen ab 6 Uhr. und jederzeit zum Nachlesen auf radioessen.de. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de. Und überall da, wo es Podcasts gibt.